So, dann sind wir zurück beim Händler. Dann kann man mal die Brille wieder rechts setzen. Mal gucken, was er für uns hat. Kleine. Nü? Oh, ein Raketenwerfer. Das ist nicht dein Ernst. Hm. Naja, ähm. Entschuldigung. Minus 8 Dämpfungsmod. Boah. Sieht zweit aus und wert, ne? Nehmen wir. Oh. Was haben wir die Fünfer jetzt eigentlich abschlossen? Ja, von der Klappe haben wir noch Strei. Ein Solarpaket. Na, freilich. Das nehmen wir doch einmal dies und, ähm. Bonus Stahlrüstungspaket. Legendäres Automatisch-Rutflintenpaket. Hm, was soll das jetzt heißen, legendär? Eine Sechser oder was? Ui, jung. Ja, nun. Ja, jetzt ist, äh, mhm. Ja. Da nehm ich das Stahlflintenpaket, ne? So, was hast du denn jetzt noch veraufgaben? 192 Meter. Oh, na, das können wir aber schon. 4,1 Kilometer. Nur freilich. 6,1 Kilometer. Noch was? Oh, Mann. Gibt's denn hier? Hm, was hier ist. Können wir doch auch schon. Was gibt's hier? Hm. Oder 2,5 Kilometer. Wieder fast 3 Kilometer. Ne. Hm. Ja, dann nehm ich, äh, ja, befallen oder so. Bin noch so weit weg. Na komm. Gucken wir oft mal, was da drin ist in dem Paket. Oft mal hier, ne? Legendär. Ah, ne 6er automatischer. Na dann. Ähm. Verändern. Äh, abschließen. Dann hier wieder ändern. Ne, ne, die macht. Freudenkugel 133. Und die macht. Freudenkugel 25. Hä? Wird mich jetzt verarschen. Hä? Freudenkugel 133, ne? So. Und die macht. Freudenkugel 25. Kugel 1. Aber die macht. Kugel 10. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber, äh, ja. Das stimmt doch was nicht. Die macht. Verdenkugel 33. Hä? Ich mein, äh, hä? Ähm. Dann macht die 5er mal noch nicht, äh, weg. Irgendwas stimmt hier nicht. Entschuldigung. Die macht 33 und die macht 133. Da fehlt doch noch eins davor. Äh. Wenigstens. Ne, dann behalte ich erst mal, ne? Äh, das gucken wir uns erst mal an. Ach, das stimmt doch was nicht. Das stimmt doch was nicht. Was gucken wir uns jetzt alle denn da? In der Quest. Na so, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Ne, nicht vom Baum. Dann saß doch nicht, auch wenn du sowieso davor fährst. Huh? Nicht in der Baum rum. Passt ja nicht durch. Hm. Ich saß auch noch. Ich saß auch noch, da passt ja nicht durch. Dann machen wir das MET-Gebäude, ne gut. Na, dann gucken wir mal, was jetzt die Schrotflinde macht. Also, äh, ich finde das ein bisschen eigenartig, ne? Mach mal Licht an, wenn du hier drin bist. Drüben. Na? Das ist aber schon eigenartig, ja, was die Schaltenzoll angeht. Dass er da gerade anzeichen wollte. Was tu? Durchs Fenster, ne, war's? Warte mal, den kannst du aber abbauen, oder? Oh. Und ein paar Eisenbahnen. Und ein paar Stahlbahnen. Na, da letztendlich auch, war ich ja bei 5000, das ist ja ja, ne? Spätestens ja. Ah ja, da. So, dann muss ich mal raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ne, ähm. So, warum gehst du denn nicht da rein? Meister, wir sind nicht allein. Das hat was mit der eine Mumpel und den 10 Mumpeln zu tun. Dass die ja gleich 10 mit einmal wegschießen, oder was? Na ja, noch eine. Ach so. Na, hier kannst du gleich bauen. Gebt mir elektronischer. Ich hoffe, jetzt noch probieren, die es zu. Oh. 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 ach ja das war ja hier wo der gleich von hinten durchgestoßen kommt ich muss den linken kontrol auch noch reparieren verdammt auf den daumen stick auch noch mal tauschen sprengstoffe sturmgewehre fertig mit sturmgewehren m60 qualität 5 genau gut ja weiß nicht was das für eine anzeige bock sein soll auf jeden fall ist das jetzt nicht so dass die mit den zehn mummeln in den eimer schießt bleibt mal liegen Na, warum? Warum? Wo schießt denn du hin, Leute? Haha, ist gebändlich getroffen. Die haben auch noch viel mehr ausgehalten. Immer noch. So viel Kloos. Und hier ist eine 6er drin. Hm, Papier. Hm. Hm. Wochnisch. Ganz klar abbauen. Lockringer? Ne, Kling. Kling war ein bisschen. Aha. Ah. Komm schon. Komm schon. Hm, das hat sich ja gelohnt. Ja, richtig gelohnt. Hm, haben wir doch ein paar. Wie ist denn hier zu? Ach so, da geht es da rein. Waren wir doch schon. Hm. Ja, verwirrend. Hm. Gibt es denn da überhaupt? Bäre. Volt T3. Wow. 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 Hm. Waren wir doch noch mal eine 6er. Normale Schottie. Komm mal zu. Waren wir doch noch mal zu. Waren wir doch noch mal zu. Dann kannst du das schon mal rausschmeißen. Kannst du da legen. Kisten machen wir ja schmuggeln noch. Dann nimmst du die hier. Vorsichtshalber schon mal. Ja, Fähren brauchen wir ja, ne? Deswegen brauchen wir ja. Dann müssen wir alles abbauen. Fähren gibt es ja hier, äh, selten. Brauche ich mal. Ja. Waren wir ja hier. Tielen? Tänken? Tänken? Ich dachte jetzt Türknäufe. Oder habe ich das Buch noch nicht gefunden? Da entsteht schon mal jemand? Haben wir alle. Hm. Da klappt es. Mit dem Zielen. So. Der Spruch, der immer kommen muss. Der Dirac schuldig, ne? Also, glaube ich gesprochen. Hier die ganze zerlegen. Das ist ja nur Holz. Ach so. Was war denn das denn hier? Oder was? Mit Halle. Wie kannst Du Dir, äh, zerlegen? Die müssen wir aufgeben. So. Dann haben wir hier nochmal Gewehre. Nichts. So. Hier ging es nicht lang. Wir müssen hier lang, ne? Hm. Leut uns mal nach. Macht hier immer noch mehr Spaß. Hm. Ruhe. Ach du. Und da wären wir eigentlich reingekommen. Da ist Ruhe. Geht's nur hier lang, ne? Hm. Hm, das wäre ja so ein Verbrecher wie du. Schuldig. So. Was? Wo klopft's? Finger von der Tür. Oh ja, Kleber, nee, Öl. Und die kannst du zerlegen. Wie kann man da nur das selber bauen? Hm, hm, hm. So, äh. Weißt du was? Kannst du zerlegen hier. Papier brauchen wir für die Joddy. Na, das wäre natürlich toll. Das sind 2500, ne? Na, da tut's dann weh, die zu zerlegen. Entschuldigung. Ja, tut's dann weh, die zu zerlegen. Zucker hindern? Nicht. Ja. Ja. Ja, du meinst, wenn du es noch zuhörst, gibt es, weil ich das die Scheibe kaputt. Da könntest du eigentlich reingreifen und es mitnehmen, aber... Oh, du musst es bezahlen, ne? Ich hätte jetzt gedacht, da steht jemand drin. Oh. Auch noch mal Papier. Letztes Mal gar nicht gesehen. Ah, jetzt hab ich sie geweckt. Einmal in die Kasse gegangen, bist du gleich der Blöde hier, ne? Ist klar. Weiß nicht, ob ich dir noch ein Gesicht schießen soll. Gut. So, jetzt mit Exit. Ah, nimm mal hoch, ne? Da steht noch ein Zösch. Was soll das jetzt? Polizeistolben 2 oder was? Hm. Da ist noch alles. Hier war ein paar Rohre. Den haben wir schon. Zerlegen. Schaffen hast du jetzt nicht, ne? Da schmier ich mir trotzdem drauf. Soll auch gut für die Haut sein. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Hä? Hm. Also geht's nach oben. Langsam. Hm. So langsam hochgehen zuerst. Hm. Ich glaube, hinter der Wand ist jemand. Na ja. Hörst du. Soll ich nicht, ob ich hinter jemandem stehen. Da auch. Hm. Das ist aber ein ganz klinker hier. Was ist denn los mit dich? Aber schießt die Leute hin hier. Was ist denn los mit dich? Oh. Sehr gut. Huh. Wo ist noch jemand? Und keine Munition mehr, ne? nun rennt mir eine andere um dann hol die mal raus und die mal nach buch also da geht es nicht lang wir brauchen komponenten das kann ich keine toren mehr bei ihnen was hast du noch wo ist denn toni eigentlich wo steckt toni toni steckt ganz unten ich wundere mich um das bild hier schon was er rumzappelt und macht und tut also das mit der drohne ist graus echt dass ich das noch nicht auf der reihe gekriegt bestimmt auch mein gefängnisdruck war hier steckt da muss ja nun kommst du was ist mit dich steckst du fest hier nicht hier vielleicht naja da kommen wir aber mit heißt es jetzt gelernt schön dass immer entgegen kommt und da brauche ich euch nicht in der herrle toni junge 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 die jetzt wieder verschwunden wäre ja gib mir was zu futtern hier wir müssen kochen hör mich nicht beim essen hör mich nicht beim essen profis toni droni du machst das oh als rennig wegen dir oder durch die ganze hütte durch hatt out Nein. Nee. Ne, ähm... Mach so, das war ja drüben, ne? Waren trotzdem nicht alle hier. Ne? Da ist eigentlich doch ein Ressort dahinter. Ach, nö. Sollen wir jetzt wieder runter, oder was? Das ist doch kackt. Auf Schuhe sind wir noch nur. Kling. Kling, kling, kling. Überhehere. Da kam er ja schon her. Also geht es entweder da hoch oder da runter. Was gibt es denn da unten? Aha. Nichts. Und wenn du da festhängst, ja, ne? Was sagst du? Du hast zu. Der gibt ja gar nichts. Auf der Arsch. Und ich tue irgendwo was rum. Ne. Gut. Und dann geht's wo da hoch. Höhen durch den Durchgeschleusen. Kling. Hm. Kling. Überraschungseffekt Drohne hier ist der hinten um die Ecke schon geguckt Wieder jemand Am warmsten tue mich nicht Na, bist du über deine eigene Schuhe gestolpert Über Dornenschuhe angezogen Wieder ein Buch Kling Kling, kling, kling Kannst du draufschmeißen, ich glaube auch Na nun Der zeigt ganz oben ein Na Sollst nicht das Dach abreißen Sollst die Kisten mitnehmen Die Pappe Das war's Wo sind sie, die Geier War jetzt hier nicht irgendwas Aha So war's Das ist quasi der Endloot Hm, kriegen wir doch wieder alles nicht weg Wo steht denn das Auto? Oh nie Ich dachte schon Da hüben, ne? Nein, nein, nein Kann man da wieder hoch? Ja gut, wenn wir's hochpacken Kann man, ich mein, wenn wir uns wieder hochframe Dann machen wir kurz diesen da Ist klar, das hat's noch nicht drinnen Na Rück doch einfach, du weißt doch jetzt, wie's geht Na Und Bögen haben wir hier noch einmal Na Na, auf die bin ich mal gespannt auf den Raketenwerfer Der macht 722 Explosionsschaden Ja, also hier weiß ich noch nicht, ne 133 Jetzt macht die 139 184 Na warte, nunne Jetzt stimmt jetzt Das muss der wohl schon auch rechnen, oder was? Hm Muss man nicht verstehen So, dann bauen's mal Na, haben wir so 10 Stück Müsste eigentlich reichen Bis da hoch Boah, kannst du auch schon mal rausklatschen Dann hab ich hier gesehen Nimmst du auch schon mal Kunststoff mit, ne? Und Dann gibt's nochmal Kunststoff Na Das Auto könntest du eigentlich gleich noch mit abbauen Das war nochmal Gewehr, oder? 6, äh Federn, ne? Das ist dann schon grad zum Federn Sonst gibt's nur Eisen, ne? Da ist nochmal eine Batterie drin Aber wir haben ein Batteriepaket Äh, ein Solarpaket Zack Und jetzt Na, also Springen, drücken Springen, drücken Und springen Ähm 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 Ne, da kommen wir nicht, äh Nicht hoch, äh So Hm Da schaffst du es Hm Wir brauchen noch einen Hm Wir wollen noch den Markt abgeben Hm Mal gucken, was er jetzt für uns hat Oh, ich habe schon wieder hier geschützt Da ein Paket Mhm Dann holen wir ja ab Was ist raus? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? doch voll. Ich hab doch eben gerade leer gemacht. So nun, äh, äh, Ganze zerlegen kann man schon. Hier haben wir nochmal Sperre. So, die kannst du ja, äh, ja, einbauen. Einbauen. Das kannst du mal da neu. Abschließen. So, die können in die Fünfer rein. Was sind die wert? Hm. Verbarrieren. Komm schon. Verändern. Ja, so klappt zwei. Zwei, drei wert. So. Haben wir noch nicht alles mit? Hm. Die können wir zerlegen. Und dann nutzt du schnell den Klumpen daraus. Na, warst du so langsam? Hm. Ja, nun. Da haben wir genug von. Oh, da haben wir das auch alles. Da war nichts mehr drin. Da war nichts mehr und da nichts mehr. Gut, dann ab zum Rekt. Bevor er sich versteckt. Der Rekt. Oh, oh, nee. Äh. Hm. Ist doch auf der falschen Seite nie. Hm. Wo ist der Hintereingang hier, oder was? Hm. Lang, lang, lang. Da passt der nicht durch, oder? Ja, wo ist, warum? Wir gucken verschiedene Dinge ход,ty eux. Wir gucken uns erstmal coś, oder? ach so mach schon mal kurz einen taschen leeren kannst du den schon mal mitnehmen so das müsste jetzt eigentlich die letzte fünfer gewesen sein die er uns angeboten hat das ist nicht schön ist eine automatisch urkündig 5er kettensäge ja nun oder ich nehme steuern mit wo ich meine wasser mit der 4er kettensäge eine 5er kettensäge zeitungspakete brauche ich nicht mehr so richtig fortgeschritten haben wir ja naja gut am nächsten dach gibt es dann erst die nächste stufe darf ich mal den inventar sehen und ich will jetzt was sehen naja die geben wir mal auf die ganze hier zerlegen eigentlich oder verkaufen sie oder was machen wir nun damit so was hast du denn so im angebot wird er nur ein panel eine chemiestation brauchen wir uns keine bauen aber die kosten ne 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 wir bauen uns mal selber was wenn wir nur kaufen dann nehmen sie mod nehmen sie mod na aber munition hast du nicht mehr zu den raketen wer Das Papier würde ich noch mitnehmen wollen. Da hat immer noch meine Sechs-Glasen-Schweine drin. Entschuldigung. Oh, du willst eine Guarantie, oder? Du hast ja gar nichts, hast du, halt doch die Klappe. Du kannst ja nicht mal Zucker hindern. Oh, hier, vergiss nicht die Soße. Äh, ich mein ja, Großvater Soße hier. Nun kauf die gleich mal raus. Freie davon. Mega Quatsch. Komm, kann ich dir auch mal ein? Hast du geschwitzt? So, Toni. Hast du mal wieder ein paar Verbandskästen, hast du hier? So, Kohle haben wir eigentlich immer noch genug. Wir sind ja am Sparen hier ohne Ende. Da brauche ich immer noch auf die komischen Solarfehler. Ich meine, die kommen mit den Solarplatten hier aufs Bar. Wie kommen nun, Kinder? So, mach das mal da rüber, so. Ja, ich brauche eine Knoche hier, so. Ne? Ja. So, da haben wir die Fünfer direkt abgeschlossen, Alter. Dann fahren wir jetzt erstmal hin, und da sehen wir uns dann. Ja.